Hey Leute! Heute will ich euch ein Video zeigen, was ich zur Rede von Steve Jobs gemacht habe, die er 2005 gehalten hat. Das war eine Aufgabe, die ich von der Hochschule Hannover bekommen habe, um mich dort zu bewerben. Und das habe ich so ein bisschen animiert. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ihr könnt euch ja gerne auch mal ein Video zu dieser Rede angucken. Das gibt es auf YouTube. Die ist nämlich sehr inspirierend und auch motivierend für junge Leute, irgendwas zu machen. So, jetzt habe ich aber genug Scheiße gelabert. Los geht's! So, jetzt sind die Glocke, die Glocke, die Glocke und die Glocke, die Glocke und die Glocke. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful-tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Death is the destination we all share. No one has ever escaped it. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Stay hungry. Stay foolish. Yes, we get the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues. We got them too. So give them all to me and I give mine too. Have you? The love of others. You work with others. Do you feel yourself? Yes.